Hallo Leute, ich habe gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, noch eigenen Content zu machen, da in den meisten Videos über die flache Erde eigentlich schon alles gesagt ist. Die meisten Beweise sind angebracht, aber ich habe auch keine Lust ständig irgendwelche Videos von anderen Kanälen hochzuladen, weil das würde ja heißen, dass ich keine eigenen Ideen habe. Naja, fange ich damit an. Hier ist die Map von Urbano Monti, die habt ihr sicher alle schon gesehen. Man sieht, dass die ganzen Kontinente, die hier gezeigt werden, da ist eines vielleicht davon Australien, der Rest dürfte eben der Rand dieser Welt sein. Nennen wir es mal die Ausmauer. Was haltet ihr eigentlich von einer Idee? Wenn man sich das mal anguckt, dann haben wir auf der sogenannten Anarktis, also in unserem Eisring, sehr viele Stationen. Neumeier ist zum Beispiel unsere Deutsche, die Italiener haben eine Station, die Amerikaner, selbst die Rutsches haben eine Station und auch der Vatikaner hat da irgendwo ein Observatorium. Man könnte doch messen, wie weit die Wege in die verschiedenen Richtungen sind. Es gibt doch bestimmt sehr viele Seefahrer, die davon berichten können. Und wenn man sich das mal anguckt, wie weit Australien davon entfernt ist, oder gucken wir mal hier, das sind alles keine Riesenentfernungen. Und viele Flieger fliegen ja in die Richtung und die könnten ja Messungen vornehmen. Mein Vorschlag und ich hoffe, dass ihr vielleicht was damit anfangen könnt. Und schreibt in den Kommentaren, wenn ich irgendwas besser machen kann. Gebt mir Hinweise. Ignoriert mich nicht. Ich wünsche euch eine schöne Woche und ein schönes Leben. Tut Gutes. Bis dann.